Irgendetwas stimmt nicht mit der Quantenphysik. Da gibt es Schrödingers Katze, die zugleich tot und lebendig ist. Oder das Doppelspaltexperiment, bei dem Teilchen als Wellen durch zwei Schlitze gleichzeitig fliegen. Es ist eine große, tragische Geschichte für die Physik, aber auch für einen Mann, der eigentlich den Nobelpreis verdient hätte. Wegen dieser Geschichte trat die Quantentheorie wahrscheinlich 70 Jahre lang auf der Stelle und ein Mann wurde gebrochen von seinem eigenen Doktorvater, dem Entwickler der ersten Atombombe, Robert Oppenheimer. Doch jetzt scheint die Physik diesen alten Skandal aufzuarbeiten und das ändert alles. Wir stehen vor einem Quantensprung in der Theorie der Quantenmechanik. Clixoom Science & Future, hier gibt es dreimal pro Woche spannende Science Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Hey Leute, ich bin total begeistert. Unser Podcast ist in den Top 10 Science Podcasts in Deutschland. Ich bin total euphorisch, dass euch die Machart so gut gefällt, die neue Wow. Also für unterwegs, zum Einschlafen und alles Mögliche. Hier unterm i ist der Link zum Podcast mit den extra Infos und Erläuterungen, die ich jetzt immer frei von der Leber weg in den Podcast einfließen lasse. Die Links zu Spotify und Apple Podcasts sind auch in der Videobeschreibung hier unterm Video und im ersten Kommentar. Das ist ein wirklicher Umbruch in der Physik. Eine ja totgeglaubte Theorie wird langsam wieder zum Leben erweckt. Es geht um den verschmähten Physiker Louis de Broglie. Er hatte in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts eine Idee, die die seltsamen Ereignisse der Quantenphysik viel besser erklären konnte. Denn in dieser Teilchenphysik verhalten sich Teilchen sowie Wellen und dann eben doch nicht. Auf der Solvay-Konferenz auf der 5. stellte er 1927 seine Idee vor. Teilchen sind eben nicht Teilchen und Wellen zugleich, sondern Teilchen, deren Bewegungsrichtung und Geschwindigkeit aber durch eine Wellenfunktion beschrieben wird. Bam! Wir haben ja schon oft über dieses Paradoxon berichtet und es als gegeben angenommen. Die Idee von De Broglie spielte bis vor kurzem eben keine Rolle. Er wurde auf der 5. Solvay-Konferenz so in die Mangel genommen, dass er seine Idee wieder frustriert aufgab und das sollte sich noch ein zweites Mal wiederholen. Ja, das ist verrückt, aber auch traurig für die Wissenschaft, aber kaum für De Broglie. Er hatte nämlich den Welle-Teilchen-Dualismus von Elektronen überhaupt entdeckt und erhielt 1927 den Nobelpreis für Physik. Er ist übrigens auch der Urvater des CERN in Genf, des Kernforschungszentrums, in dem mit dem Large Hadron Collider der größte Teilchenbeschleuniger der Welt gebaut wurde. 1949 schlug er in einem Papier den Bau vor. Aber noch ein weiterer Physiker wurde wegen dieser Theorie von den etablierten Physikforschenden sogar geächtet. Es war David Bohm. Mehr als 20 Jahre später entdeckte er De Broglies Theorie wieder und er bewies, dass De Broglies Theorie genauso gut funktionierte wie die klassische Quantentheorie. Die Theorie bekam mit diesem Beleg den Namen De Broglie-Bohm-Theorie, DBB. Und Bohm traf es noch härter. Sein Doktorvater, der Erfinder und Konstrukteur der ersten Atombombe Robert Oppenheimer, verstieg sich zu einer ziemlich abschätzigen Aussage. Wir halten dies für jugendlichen Deviationismus. Wenn wir Bohm nicht widerlegen können, dann müssen wir zustimmen, ihn zu ignorieren. Das muss man schon schäbig nennen und vor allem unwissenschaftlich. Was für eine Arroganz. Einstein war sich nicht ganz so sicher. Zum einen schrieb er in einem Brief an den Physiker und ebenfalls Nobelpreisträger Max Born. Hast du gesehen, dass der Bohm, wie übrigens vor 25 Jahren schon De Broglie, glaubt, dass er die Quantentheorie deterministisch umdeuten kann? Der Weg scheint mir zu billig. Denn das ist der Clou von De Broglies Theorie, die Bohm jetzt sogar noch weiter belegen konnte. Ereignisse lassen sich vorhersagen. Der Ort, an dem ein Teilchen hinter dem Doppelspalt auftritt, ist laut De Broglie und Bohm vorhersehbar. Der Weg dorthin unterliegt zwar der Wellenfunktion, aber ausgehend von der vorherigen Geschwindigkeit und Richtung weiß man schon vorher, wo das Teilchen auftreffen wird. Also kein Dualismus, keine Teilchen, die gleichzeitig Wellen sind. Deshalb war Einstein auf der anderen Seite auch ein Bohm-Fan. Er sei der Einzige, der über die Quantenmechanik hinauskommen könnte, sagte wohl Einstein. Aber auch wie De Broglie gab Bohm seine Überlegungen aufgrund der ablehnenden Haltung ihm gegenüber wieder auf. Und jetzt weist seine und De Broglies Theorie wahrscheinlich einen Weg, der die Verbindung von Quantenphysik und Relativitätstheorie ermöglicht. 70 Jahre später, nur wegen ein paar Sturköpfen. Oder sogar 100 Jahre nach De Broglie. Die alten weißen Männer sind wirklich ein Problem und haben in diesem Fall sogar dafür gesorgt, dass die theoretische Physik auf der Stelle trat. Und damit meine ich nicht generell alte weiße Männer, ich bin ja auch einer, sondern eine verbitterte Geisteshaltung, die sich gegen zwangsläufige Veränderungen sträubt. Das haben wir ja auch bei der Energiewende oder der Elektromobilität. Da wird dann lieber gelogen und betrogen sie in Dieselbetrugssoftware, statt im Interesse der Menschheit zu handeln. Die alten weißen Männer der Physik haben es hier also so richtig versemmelt. Denn wenn man verstehen will, was in der Quantenphysik auf mikroskopischer Ebene passiert, also bei den wirklichen ganz kleinen Teilchen, dann landet man bei der De Broglie-Bohm-Theorie. Denn das ist die einzige Theorie, die das vernünftig und logisch erklären kann. Denn, dass auf mikroskopischer Ebene Dinge passieren, die unmöglich sind, eben dass Teilchen auch Wellen sind, kann ja sein. Aber wenn es doch ein besseres Modell gibt, was das alles viel besser und vor allem logischer erklärt, ohne sich dabei in Widersprüche zu wickeln, ja dann ist das wohl ein Modell, das man sich mal genauer ansehen sollte. Es ist doch viel logischer, dass Teilchen sich nach Wellenfunktionen verteilen, als dass sie Wellen und Teilchen gleichzeitig sind. Denn auch wenn das Muster hinter dem Doppelspalt wellenartig ist, treffen die Teilchen doch an bestimmten Orten auf. Doch, und das macht die bisherige klassische Quantenmechanik so unlogisch. Die Wellenfunktion funktioniert nicht so richtig. Für ein Teilchen passt es noch. Die Welle läuft im dreidimensionalen Raum. Für zwei Teilchen läuft sie aber im sechstimensionalen Raum. Nur so stimmt sie dann. Das zweite Teilchen hat der Funktion drei weitere Dimensionen hinzugefügt. Und das passiert bei jedem weiteren Teilchen. Das heißt, jedes Teilchen fügt drei neue Dimensionen hinzu. De Broglie löste das elegant mit Teilchen, die einer Wellenfunktion folgen. Sprich, die Teilchen treffen beim Doppelspaltexperiment nicht mehr an irgendeinem Ort auf, sondern der ist durch Richtung und Geschwindigkeit des Teilchens und durch die Wellenfunktion definiert. Einsteins Gott würfelt nicht macht zumindest in diesem Fall wieder Sinn. Und noch etwas spricht für die DBB, die De Broglie-Bohm-Theorie. In der klassischen Quantenmechanik gibt es keine Zeit. Es fällt deshalb extrem schwer, die Dauer von Dimensionereignissen zu berechnen. Nicht so bei der DBB. Und es gibt noch zahlreiche Fälle, bei denen die DBB, die De Broglie-Bohm-Theorie einfach besser und einfacher ist. Jetzt steht aber die nächste Herausforderung an. Und vielleicht ist da auch die lange verschmähte DBB die Lösung, die Vereinigung der Relativitätstheorie mit der Quantenphysik. Hintergrund, Raum und Zeit werden gekrümmt. Gravitation ist nichts anderes als ein relativistischer Effekt. Wir werden aufgrund der Phänomene auf die Erde gezogen, die die Relativitätstheorie erklärt. Und vielleicht ist es schon dem einen oder anderen aufgefallen, in der allgemeinen Relativitätstheorie ist ein paradoxer Kreislauf enthalten. Massen ziehen Licht an. Da Licht aber nicht beschleunigt werden kann, müssen sich Raum und Zeit krümmen. Sprich, der Raum wird zusammengedrückt und die Zeit verläuft langsamer. Die Raumkrümmung verursacht aber die Gravitation, die dafür verantwortlich ist, dass das Licht angezogen wird. Ursache und Wirkung sind hier genau das Gleiche. Das ist schon ziemlich verrückt. Also, was ist der Grund dafür und wo ist des Rätsels Lösung verborgen? Ist es die Stringtheorie oder die schleifen Quantengravitation? Eines ist jedenfalls spannend. Die Quantenphysik heißt ja so, weil dort nichts mehr kontinuierlich verläuft, sondern in kleinen Quanten, kleinen Schritten. Wendet man jetzt die übliche Quantenphysik auf die Relativitätstheorie an. Dann kommt dabei die sogenannte Wheeler-Devitt-Gleichung heraus. Sie hat allerdings bisher unüberwindbare mathematische Mängel. Bei der Schleifengravitation wird sie modifiziert und hat ein super spannendes Ergebnis. Raum und Zeit sind nicht mehr kontinuierlich, sondern quantisiert, haben also eine körnige Struktur. Was natürlich wieder etwas an Teilchen erinnert. Und jetzt kommt wieder die DBB-Theorie ins Spiel. Und hier gibt es ein absolut spektakuläres Ergebnis bzw. einen Hinweis darauf, den der Physiker Ward-Studie in Spektrum beschreibt. Denn es könnte die Bohmsche Variante der Wheeler-Devitt-Gleichung ohne dunkle Energie einen expandierenden Kosmos enthalten. Moment, what? Das wäre ein absolut unglaubliches Ergebnis. So mal eben nebenbei erklärt die de Broglie-Bohm-Theorie die dunkle Energie oder eben warum sie zur Erklärung der beschleunigten Ausdehnung des Weltalls gar nicht benötigt wird. Wahnsinn! Damit hätte Bohm tatsächlich den Nobelpreis verdient. Denn das ist absolut bahnbrechend. Es hat ihn aber ein ganz anderes Schicksal ereilt. In der amerikanischen McCarthy-Ära der Kommunistenverfolgung wurde ihm der Pass abgenommen und er musste flüchten aus den USA. Seine Arbeit wurde eben von Robert Oppenheimer und das vollkommen ohne Argumente verunglimpft. Und auch andere Physiker stießen es ins selbe Horn und das ohne Grundlage. Bis in die 90er Jahre wurden Arbeiten zur Bohmschenmechanik nicht anerkannt und als unwissenschaftlich abgelehnt. Und dann spielte ihm auch noch seine Nähe zur Esoterik übel mit. Er hielt engen Kontakt zum indischen Guru Jido Krishnamurti. Frustriert starb er 1992 in London. Die Wiederentdeckung seiner Theorie konnte er nicht mehr miterleben und einen Nobelpreis, den hat er sowieso nicht bekommen. Das ist tragisch und das vor allem auch für die Physik. Nur weil ein paar Physiker-Koryphäen zu stur waren, konnte sich eine Theorie nicht durchsetzen, die die Welt der Teilchen wahrscheinlich korrekt beschreibt. Ja, eine absolut unglaubliche Geschichte. Mehr dazu wie immer, zumindest seit dieser Woche im Podcast. Also mehr im Sinne von, da werde ich mehr erzählen. Dafür hier klicken und ansonsten bis dann ist übrigens auch im ersten Kommentar unter dem Video, in der Videobeschreibung hier unter dem i. Bis dann. Bleibt dran.